Ja, Leute, ich habe jetzt mal meine Drohne versucht zu testen. Das ist menschlich schief gelaufen, weil sie hat einen Unfall mit einem Baum gehabt. Aber sie ist nicht doll dadurch verdätscht. Sie ist bloß dagegen geknallt, weil ich sie jetzt auch noch nicht so einschätzen konnte. Jedenfalls habe ich getestet, sie zu steuern. Und ja, das Ergebnis ist relativ schief gelaufen. Denn wie man sieht, ist die Drohne nicht weit gekommen. Sie ist eher hier so hingekommen in die Nähe von meinem gegenüberliegenden Quernachbarn. Aber es ist eine schöne Sache, weil in der Lockdown-Zeit kann man schon diese Dummheit machen. Man kann kurz vor die Tür diese Dummheit machen. Naja, morgen am Tag bin ich schlauer. Da werde ich das nochmal testen mit der Drohne. Und dann werden wir sehen. Und dann werden wir sehen.